Der Schloss in Frankreich Der Fontaine Belleau, die ganz in der Nähe entspringt. Und das Bestehen der Jagd, dem großen königlichen Vergnügen in den Wäldern von Fontainebleau. Die wechselvolle Geschichte Frankreichs dokumentiert sich in der unterschiedlichen Architektur und Ausstattung. Manchem Betrachter erscheint es wie das Zitat von Stendhal. Das Schloss Fontainebleau gleicht einem Wörterbuch der Architektur. Alles ist dort, jedoch nichts Ergreifendes. Das scheinbar zufällig zusammengefügte, unharmonisch wirkende Ensemble ist das Ergebnis der drei unterschiedlichen Bauphasen. Musik Musik Den größten Einfluss auf das Schloss und seine Umgebung haben Franz I., Heinrich IV. und Napoleon Bonaparte ausgeübt. Franz I. ließ im Jahre 1527 die alte Ringmauerburg niederreißen und erfüllte sich seinen Traum von einem Renaissance-Schloss. Musik 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 In triumphaler Architektur schuf Gilles Le Breton für Franz I. die Porte d'Oré, einen neuen Zugang von Süden, durch den man die vielen, dem Cour-au-Wall zugewandten Königsgemächer des neuzeitlichen Schlosses erreichen konnte. Musik Für die dekorative Ausstattung der Räume konnte Franz I. Rosso Fiorentino und Francesco Primaticcio gewinnen. Die beiden italienischen Künstler begründeten die Schule von Fontainebleau, die richtungsweisend für die französische und europäische Architektur werden sollte. Musik Mit der Galerie Franz I. schuf Fiorentino ein unumstrittenes Meisterwerk der Renaissance. Die einstige Faszination der Galerie, Komposition von Landschaft und innerer Ausstattung, die durch den weiten Blick in die Umgebung entstand, wurde im 17. Jahrhundert durch einen Anbau stark beeinträchtigt. In der Galerie Franz I. wurde zum ersten Mal eine Einheit zwischen Fresken, Stuck und Holzverteflung hergestellt. Musik Mit Leonardo da Vincis geheimnisvoller Mona Lisa als Mittelpunkt besaß Franz eine der ersten Gemälde und antiken Sammlungen Europas. Musik Michelangelo von Franz I. als Hofmaler und Architekt umworben, erhörte dessen Bitten nicht. Ein zu geringes Salär und die halbherzige Zusage für eine uneingeschränkte künstlerische Tätigkeit mögen Michelangelo bewogen haben, dem Ruhe und den Foto nicht zu folgen. Musik 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 Jeden Morgen, während sich der König selbst noch im Schlafzimmer der ihm sehr zugetanen Duchesse de Tompe aufhielt, musste ein Wasserschmecker die Quelle probieren, ob sie nicht vergiftet ist. Die Fertigstellung des Sal de Bal erlebte Franz I. nicht mehr. Sohn Heinrich II. und seine Frau Katharina de' Medici ließen den einst als offene Loggia geplanten Raum von Delorme, Primaticcio und Abate fertigstellen. Da die Affäre Heinrichs mit der Maitresse Diana, seiner Gemahlin, verborgen blieb, ließ er die Beziehung zu beiden Frauen in einer Schmuckinitiale für die Nachwelt verewigen. Allerdings hoch an der Decke des Saales, nur für Eingeweihte erkennbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Die zweite prunkvolle Epoche beginnt mit Heinrich IV. Der Bourbonenkönig beendet die blutigen Glaubenskriege 1598 mit dem Edikt von Nord, das den Protestanten die Ausübung ihrer Religion zusichert. Le Vergalant, der Galante Grüne, lässt sich von Fontainebleau fesseln. Zwei Galerien werden angebaut und weite Teile des Parks neu gestaltet. Es entsteht die zweite Schule von Fontainebleau. Zwei Galerien werden angebaut und weite Teile des Parks neu gestaltet. Das prachtvollste Beispiel ist die von Fréminé geschaffene Innenausstattung der Chapelle de la Trinité. Mit seinen fünf großen Themen zum Geheimnis der Erlösung stellt er eine Verbindung zum berühmten jüngsten Gericht in der Sixtinischen Kapelle her. Ein großer König musste für einen Thronfolger sorgen. Vor über 100 Zeugen vollzog sich in dem von Dubois ausgestatteten Salle Louis XIII die Geburt des Dauphin. Der französische Thronfolger wurde einige Zeit später im Kuroval auf den Namen Ludwig XIII. getauft. Als Erinnerung an diese Zeremonie ließ Heinrich IV. die Porte d'Aufin bauen. Auf diese Weise erhielt das Schloss einen neuen Zugang von Osten. Für den Sonnenkönig Ludwig XIV. war Fontainebleau ein Ort, an dem er sich zwar jedes Jahr aufhielt, sein Interesse aber galt vor allem Versailles. Für den Sonnenkönig Ludwig XIV. Die letzte der drei großen Bauepochen beginnt mit der Thronbesteigung Napoleon Bonapartes, der Fontainebleau wieder zu seiner Residenz macht. Er lässt den Glanz der Gemächer, die während der Revolution zwar nicht zerstört, deren gesamtes Mobiliar jedoch verkauft oder entwendet wurde, wiederherstellen. Wenn er nicht auf Eroberungszügen war, saß der große Korse in der Galerie de Diane an dem eigens für ihn gebauten Globus und plante seine nächsten Feldzüge. Napoleon I. ließ sich seinen Thronsaal im Königszimmer einrichten, dem wichtigsten Saal des Hofes. Unter den königlichen Wappen von Frankreich und Navarra. Die Ausstattung symbolisiert, in fast krankhaftem Hang zu dekorativem Protz, zu welcher Größe Frankreich unter seinem neuen Kaiser aufgestiegen war. Ein dritter repräsentativer Eingang wurde im Süden geschaffen. Der Südflügel des Cour du Cheval Blanc wurde abgerissen und durch Gitter ersetzt. Durch diese Gitter ging Napoleon in die Verbannung. An jenem Tag im April 1814, als er Fontainebleau und Frankreich verlassen musste. Einer der letzten großen Momente, die das Stammhaus der französischen Könige im Lauf der Jahrhunderte erlebte. Einer der französischen Könige Man kann sich vorstellen, dass das Privattheater Napoleon III. um Mitternacht von den Geistern der großen Persönlichkeiten, die die Geschichte Fontainebleaus über sieben Jahrhunderte geprägt haben, besucht wird. Frei nach den Worten Micheles, Wenn sie unglücklich sind, wo würden sie Zuflucht und Trost der Natur suchen? Ich würde nach Fontainebleau gehen. Wenn sie jedoch sehr glücklich wären, ich würde auch nach Fontainebleau gehen. Musik Musik